Dass man bereit sein muss, mit uns zu verhandeln, um die österreichischen Grenzen zu sichern, um Arbeitnehmer und kleinere und mittlere Unternehmer zu entlasten, um in diesem Land endlich Fairness sicherzustellen für die Pensionisten, die nach 40, 45 Jahren 1.200 Euro Mindestpension verdient haben und nicht Bettelpensionen, wie heute dank einer SPÖ und einer ÖVP, die daher kläglich versagt hat, wo Frauen mit teilweise sogar 250 und 350 Euro ihr Leben fristen müssen, wo man beim Pflegegeld die letzten Jahre keine Valorisierung vorgenommen hat und 30 Prozent Wertverlust für die Ärmsten der Armen hinterlassen hat. Das ist die soziale Verantwortung dieser Partei und ich sage, da geht es darum, Ungefähres sicherzustellen.